Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur dritten Folge unserer Serie über Erziehung und Bildung. Heute soll es um ein besonderes Thema gehen. Es soll um die Rolle des Gesetzes in der Erziehung, in der Bildung gehen. Deswegen heißt das Thema, mit dem wir uns auf das Bibelgespräch am 17. Oktober vorbereiten, das Gesetz als Lehrer. Und bevor wir uns mit diesem Gesetz beschäftigen und anschauen, wie es uns hilft, zu lernen und erzogen zu werden im Sinne Gottes, wollen wir natürlich zu dem beten, der es gegeben hat und ihn einladen, dass er jetzt unser Lehrer ist. Lass uns gemeinsam zu unserem Vater im Himmel beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein solch großes Interesse an uns hast, dass du zu uns sprichst, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist und dass du mit Geduld und Liebe uns Schritt für Schritt an deine Hand nimmst. Und dass jedes Mal, wenn wir dein Wort aufschlagen, wir etwas Neues, etwas Frisches entdecken können, dass wir noch mehr von dir verstehen dürfen und auferbaut werden und gestärkt und getröstet werden durch dein Wort. Herr, so bitten wir dich, dass nach deiner Verheißung du jetzt unser Lehrer bist und dass wir aus deinem Wort Dinge erfahren, die uns bewegen, unser Herz verändern und dein Gesetz hineinschreiben, unser Innerstes, so dass wir aus Freude und aus Glauben das tun, was du dir für unser Leben wünschst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. In 5. Mose, Kapitel 1 und dort Vers 5, lesen wir, auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und er sprach. Hier haben wir den Beginn des berühmten Buches 5. Mose und es ist wahrscheinlich kein großes Geheimnis, dass dieses Buch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern in der Bibel zählt. Dieses fünfte Buch Mose ist ein Buch der Erziehung. Gott möchte durch Mose sein Volk bilden, nicht ausschließlich oder nicht in erster Linie rein intellektuell, sondern vor allem das Herz erziehen, das moralische Denken verändern, dieses Volk, das kurz vor der Einnahme des gelobten Landes stand. In diesem Buch sind einige der entscheidendsten Wahrheiten der Bibel ganz deutlich ausgesprochen. Und die Bibel sagt uns hier, dass Mose, als er diese Predigtreihe, die wir heute 5. Mose nennen, gehalten hat, kurz vor seinem Tod, dass er dabei dieses Gesetz ausgelegt hat. Wenn wir das Wort Gesetz hören als bibelgläubige Christen, denken wir fast automatisch an die 10 Gebote. Und da das Wort Gesetz auch in unserem Alltag ganz präsent ist, als eine Reihe, eine Zusammenstellung von Regeln, die zum Beispiel der Staat aufgestellt hat, so haben wir oft das Gefühl, dass wenn die Bibel von dem Gesetz spricht, dann meint es einfach 10 Regeln, die Gott aufgestellt hat, die wir beachten sollen. Aber schon das Wort, das hier verwendet wird für Gesetz, zeigt uns, dass da mehr dahinter steckt. Das Wort im Hebräischen ist Tora und das meint eigentlich wörtlich eine Lehre, eine Weisung. Und da haben wir schon den pädagogischen Aspekt ganz deutlich vor Augen. Gott möchte nicht einfach nur Regeln aufstellen, er möchte sein Volk im wahrsten Sinne des Wortes belehren. Er möchte ihm Weisung geben. Und mit dem Wort Tora wurde die Gesamtheit der 5 Bücher Mose beschrieben. Und dann später auch wurden diese 5 Bücher so genannt in der hebräischen Bibel. Wenn man von dem Gesetz und den Propheten und den Schriften sprach, dann meinte das Gesetz diese 5 Bücher Mose. Und die enthalten nicht nur Gesetze in unserem engeren Sinne, sondern Geschichten und Vorschriften für den Heiligtumsdienst. Und ganz verschiedenes Material. Soziallieder zum Beispiel, Poesie, all das sollte das Volk belehren. Die Idee, dass die Tora, das Gesetz, einen pädagogischen Wert hat, ja an sich eigentlich pädagogisch gemeint ist, das findet sich auch in den Psalmen, diese Idee. In Psalm 19 und dort, Vers 8, geht es ebenfalls um die Tora. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Man erlangt Weisheit, man wird klüger und weiser, einsichtiger durch das Gesetz Gottes, das vollkommen ist und das die Seele erfreut, wiederbelebt. Das Gesetz wird hier dann im weiteren Kontext mit verschiedenen anderen Begriffen parallel gesetzt, mit den Befehlen des Herrn, mit dem Gebot des Herrn, mit den Bestimmungen des Herrn, auch mit der Furcht des Herrn. All das gehört zusammen und zeigt uns, dass Gott nicht nur einen einzigen Begriff verwendet, um diese Idee deutlich zu machen, dass er Dinge sagt, die wir lernen sollen, um davon zu profitieren. Auch im Neuen Testament wird sehr deutlich, dass der Begriff Gesetz sich nicht allein auf die zehn Gebote beschränken lässt. Wenn wir zum Beispiel einmal den Apostel Paulus uns anschauen, im Galaterbrief, in Galater 4 und dort Vers 21, dort schreibt er den Galatern, die ja so sehr jetzt das Alte Testament Bezug nehmen und einige Vorschriften dort noch als bindend ansehen, die mittlerweile durch die Offenbarung des Neuen Testamentes deutlich gemacht worden ist, dass sie nicht mehr bindend sind, insbesondere die Beschneidung. In Galater 4, Vers 21 heißt es, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Und dann bezieht sich also Paulus auf das Gesetz und sagt in Vers 22, es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Leib eigenem Magd, den anderen von der Freien. Das wiederum steht nur nicht in den Zehn Geboten, auch nicht in Dritte Mose unter den Opfer- oder Heiligtums- oder Heiligungsvorschriften, sondern in Erste Mose. Es gehörte zum Teil der fünf Bücher Mose. Und im weiteren Sinne, auch wenn man das im Römerbrief dann anschaut, verwendet Paulus das Wort Gesetz dann sogar für die Gesamtheit des Alten Testamentes. Er zitiert aus den Psalmen und aus den Sprüchen zum Beispiel in Römer 3 und spricht dann davon, dass das Gesetz diese Dinge sagt. Mit Gesetz kann man also allgemeiner all das verstehen, was die Bibel sagt, in dem Fall jetzt im Neuen Testament noch Bezug nimmt auf das Alte Testament, was schriftlich uns übermittelt worden ist an inspirierten Wahrheiten, die uns etwas beibringen wollen. Ganz egal, ob es sich um ein poetisches Gedicht, ein Lied, eine Gesetzesvorschrift, eine Prophezeiung, eine Verheißung, eine Geschichte handelt. All das ist Gesetz im weiteren Sinne und all das soll uns belehren, weil Gott als guter Lehrer nämlich eine ganze Reihe von Optionen hat. Ein guter Lehrer weiß, dass nicht alle Schüler auf dieselbe Art und Weise begreifen. Manche sind auditiv. Manche begreifen vor allem, wenn sie etwas anfassen. Manche brauchen alles sehr systematisch. Manche brauchen erstmal ein Beispiel und können von dem Besonderen zum Allgemeinen geführt werden. Wir sind so unterschiedlich und so braucht es, wie in der normalen Pädagogik, auch in Glaubensdingen eine Vielzahl an Methoden, mit denen Gott die verschiedenen Menschen in ihren verschiedenen Lebenssituationen, mit ihren verschiedenen Erfahrungen und Persönlichkeiten ansprechen kann. Und so finden wir das Evangelium in Liedern und in Gesetzestexten, in Geschichten, in Prophezeiungen, in all den verschiedenen Varianten des Alten Testamentes. All das soll uns belehren. Wir sollen lernen. Und jeder von uns hat vielleicht so seine Lieblingsstelle, seine Lieblingsbücher, seine Lieblingsbereiche in der Bibel. Und das hat nicht damit zu tun, dass wir Ante notwendigerweise ignorieren wollen. Nein, weil wir besonders durch Prophetie angesprochen werden oder besonders durch Poesie, besonders durch Geschichten oder durch prophetische Aussagen. All das dient dazu, dass jeder Mensch mit dem Evangelium vertraut gemacht werden soll. Entsprechend finden wir diese Idee, dass die Schrift als Ganzes gegeben ist zu unserer Unterweisung, auch bei Paulus in 2. Timotheus Kapitel 3 und dort Vers 15. Dort spricht Paulus zu Timotheus und sagt, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, damit meint er jetzt das Alte Testament in seiner Gesamtheit, von 1. Mose bis zum Buch Chronik, wie es in der hebräischen Bibel war oder in unserer deutschen Bibel von 1. Mose bis zu Malachi. Und das Prinzip, das wir gleich hier herausnehmen können, gilt natürlich dann auch selbstredend für die Schriften des Neuen Testamentes, die damals ja noch gar nicht vollständig zur Verfügung standen, weil ja Paulus unter anderem hier gerade ein Buch schreibt, dieses Neuen Testamentes. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Schriften haben eine besondere Fähigkeit. Sie haben eine Kraft, wie er das sagt, nämlich die Kraft, weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Mit anderen Worten, die heiligen Schriften sind es, die uns belehren, wie das Evangelium funktioniert. Sie informieren uns exakt und präzise über das Evangelium, das Gott jedem Menschen anbietet. Und die Schriften tun das, wie gesagt, durch Opfervorschriften, genauso wie durch Prophezeiungen, genauso wie durch Lieder oder schon durch den Schöpfungsbericht. Überall finden wir Prinzipien und Ideen, die uns zum Evangelium hinführen und uns das Evangelium genauer erklären in all seinen Aspekten. Also die Idee der Tora, der Belehrung, ist letztendlich, dass Gott grundsätzlich etwas sagt, damit wir besser verstehen, wie er uns retten möchte. Gott will uns nicht einfach nur retten, er möchte auch, dass wir verstehen, wie es funktioniert. Denn je besser wir verstehen, wie das Evangelium funktioniert, desto mehr Vertrauen können wir darauf bauen. Und desto schöner wird der Charakter Gottes auch sein, desto mehr möchten wir auch mit ihm gemeinsam leben. Das Gesetz beschreibt also das Evangelium und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto besser werden wir das Evangelium verstehen, wie es funktioniert. In Römer 8, Vers 3 sehen wir dann aber, dass dieses Gesetz eine Limitierung hat, eine Begrenzung. In Römer 8, Vers 3 heißt es eben vor diesem Gesetz, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das Gesetz kann uns weise machen zur Erlösung. Es kann uns die Erlösung erklären und dorthin führen. Das Gesetz selbst kann uns aber nicht erlösen. Wir können sehen, wie Errettung funktioniert, aber das bloße Lesen errettet uns noch nicht, weil wir nämlich die Dinge, die das Gesetz beschreibt, aus eigener Kraft in unserem sündigen Fleisch nicht tun können. Das Gesetz bleibt kraftlos. Wir können zwar sehen, wie Gott sich unser Leben wünscht, wir können sehen, was er vorhat mit uns, aber wenn wir es alleine versuchen, wenn wir die Lehre, die Gott uns gibt, selbst umsetzen wollen, bleibt die Lehre kraftlos. Sie wird keine Resultate hervorbringen, weil unser sündiges Fleisch nicht in der Lage ist, zu tun, was Gott uns lehrt. Aber wir müssen nicht verzweifeln, denn in diesem Vers sehen wir schon, dass es trotzdem möglich ist, nicht durch unsere eigene Anstrengung, sondern das tat Gott selbst, sagt Paulus, durch Jesus Christus. Das heißt, wenn die Bibel von dem Gesetz spricht, meint sie im weitesten Sinne all das, was Gott gesagt hat, was er sich wünscht, mit dem er uns zeigt, wie das Evangelium funktioniert. Aber die Kraft des Evangeliums, dass es tatsächlich in meinem Leben auch dann passiert, das geschieht durch Jesus. Und deswegen nennt dann die Bibel in Römer 1, Vers 16, das Evangelium die Kraft Gottes. Es heißt hier in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft, zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wer also die Tora, die Belehrung Gottes nimmt und einfach nur den Wortsinn nimmt und ihn aus eigener Kraft halten will, der wird nicht wirklich überhaupt etwas erreichen können. Wer aber versteht, dass Gott in seinem Wort uns belehren möchte über das, was Jesus für uns und in uns tun möchte, der wird plötzlich merken, dass es eine Botschaft der Kraft ist, dass Gott und seine Lehre nicht voneinander getrennt werden können. Denn Gott beschreibt in seiner Lehre letztlich sich selbst. Und je mehr wir uns mit der Lehre beschäftigen, desto besser werden wir Gott kennenlernen. Es gibt immer wieder die Tendenz in der Geschichte von Menschen, die vorgeben, der Bibel zu glauben, Lehre und Lehrer zu trennen. In Johannes Kapitel 5 und dort Vers 39 legt Jesus den Finger auf die Wunde und zeigt, dass genau das das Problem der Theologen seiner Zeit war, der Schriftgelehrten im Sanhedrin, die ihn hier vor Gericht gezogen hatten. In Johannes 5, dort Vers 39 sagt er zu den Sadduzeern und den Pharisäern und wer immer dort in diesem Sanhedrin gewesen ist, er sagt, ihr erforscht die Schriften, also das Gesetz, die Tora, könnte man sagen. Auch wenn das hier im Griechischen natürlich jetzt nicht so steht, aber das ist, was er meint. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die Juden hatten verstanden, dass Gott sie lehren möchte mit dem Gesetz und so studierten sie das Gesetz, aber erkannten nicht, dass das Gesetz sie zu Jesus führen würde. Und deswegen sagt Jesus jetzt in Vers 40 und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Das Gesetz, wenn es richtig verstanden wird, dann führt es uns immer zu Jesus selbst, der allein uns das Leben geben kann. Es ist möglich also leider, dass man die Lehre von dem Lehrer trennt und sich allein auf die Lehre konzentriert und den Lehrer ignoriert und dann überhaupt nichts von dieser Lehre eigentlich keinen Nutzen davon hat. Genauso wie auch die Juden keinen Nutzen davon hatten, dass sie das Alte Testament gelesen hatten, vielleicht sogar auswendig kannten, aber gar nicht verstanden hatten, was Gott ihnen eigentlich damit wirklich sagen wollte. Heute machen wir vielleicht vielleicht den quasi entgegengesetzten Fehler, dass wir wiederum Lehre und Lehrer trennen, dass wir uns vielleicht manchmal allein auf den Lehrer, auf Jesus konzentrieren und wenig Interesse für seine Lehre haben. Aber wir können den Lehrer am besten verstehen, wenn wir uns für das interessieren, was er selbst über sich und über seinen himmlischen Vater gesagt hat. Lasst uns nicht Lehre und Lehrer trennen. Lasst uns bereit sein, von Jesus korrigiert zu werden, belehrt zu werden und zu verstehen, was er uns sagen möchte. Wenn Gott spricht, dann nicht einfach, weil ihm langweilig ist. Wenn Jesus etwas lehrt, dann nicht einfach nur, weil er eine Tradition erfüllen möchte. Wenn Jesus etwas gesagt hat, wenn im Alten Testament etwas von Gott offenbart wird, wenn der Heilige Geist Menschen inspiriert, dann immer, weil das, was gesagt wird, eine Relevanz hat, um die Erlösung besser zu verstehen, um Gott besser zu verstehen und mit ihm befreundet zu sein. Der besondere Teil der Tora, der Schriften, des Gesetzes Gottes, ist natürlich letztendlich dann die zehn Gebote. Aus dem einfachen Grund, weil das der Teil des Gesetzes ist, den Gott persönlich mit eigener Hand auf Stein geschrieben hat. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 31, und dort Vers 18. Und als er mit Mose auf dem Berg zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Also, hier sehen wir, dass es etwas gibt, dass Gott so wichtig war, dass ihm so sehr am Herzen lag, dass er es nicht einmal einem Engel übergab, der es hätte aufschreiben sollen, sondern dass er diese Prinzipien, die das Fundament seiner Regierung sind, eine Beschreibung seines Charakters, dass er diese Prinzipien mit seinem eigenen Finger geschrieben hat, in der Sprache der Menschen, damit er sie über sich selbst belehren kann. Und deswegen sind diese zehn Gebote auch im allerhöchsten Sinne gesetzt, Tora, eine Weisung, eine Belehrung, die direkt, im direktesten Sinne überhaupt von Gott kommt. Interessant ist, dass schon mit der Bekanntgabe der zehn Gebote, die Gott ja zunächst einmal nicht einmal schrieb, sondern allen Israeliten, die versammelt waren von dem Berg Sinai, er persönlich beigebracht hatte, indem er sie gesprochen hatte als der Lehrer Israels, dass schon bei dieser Bekanntgabe, dieser Offenbarung der, oder auch eine Wiederholung der zehn Gebote, muss man ja biblisch im Prinzip auch sagen, dieser vertieften Offenbarung, vielleicht kann man das so ausdrücken, dieser zehn Gebote, dass schon damals die Israeliten im Ansatz dieses Problem hatten, dass sie Lehre von Lehrer trennen wollten. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 5, ab Vers 23, nachdem also diese zehn Gebote verkündigt worden sind. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir alle Oberhäupter eurer Stämme und eurer Ältesten. Und ihr sprach, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebenden Gottes mitten aus dem Feuer reden, hören wir wir und am Leben bleiben, tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird und wir wollen darauf hören und es tun. Die Israeliten sagen mit anderen Worten zusammengefasst, wir wollen wissen, was Gott uns lehrt, aber wir wollen seine eigene Stimme als Lehrer lieber nicht hören. Wir wollen lieber auf Distanz sein. Wir würden gern Gottes Lehre hören, aber nicht direkt von Gott, sondern von jemand anderem, von einem Menschen, der uns dann lehrt. Die Israeliten hatten weniger ein Problem mit der Lehre als vielmehr mit dem Lehrer. Aber, und das ist etwas, was Gott dann in dem Rest des Buches auch deutlich machen möchte, überhaupt in der ganzen Bibel, die Lehre ohne den Lehrer ist letztlich eine tote Hülse. Nur Buchstaben, die keine Kraft haben, denn die Kraft im Wort Gottes besteht ja darin, dass er sich selbst darin offenbart. Wer der Bibel folgen will und gleichzeitig die Stimme Gottes zurückweist und mit Gott ein Problem hat, weil er vielleicht unvergebene Sünde in seinem Herzen hegt, der wird eben nicht durch die Bibel, durch Gottes Wort belehrt, weil er den Lehrer selbst ablehnt. Und so sehen wir schon hier bei der Bekanntgabe des Gesetzes, dass dieses Problem schon angelegt gewesen ist. Und deswegen war es die wichtigste Aufgabe des Gesetzes, das jetzt Mose empfing, den Israeliten deutlich zu machen, dass es nicht nur darum geht, einzelne Regeln einzuhalten oder bestimmte Wahrheiten anzuerkennen, sondern eigentlich in all dem, was Gott lehrt, den Lehrer zu finden und ihn zu lieben. Und deswegen finden wir als zentrale Aussage des Gesetzes, als höchste Bestimmung all dieser Satzungen, Jesus sagt ja später, dass dieser Abschnitt in 5. Mose 6, Vers 4 bis 6 das Zentrum oder das wichtigste Gebot überhaupt ist. Wir lesen dort, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Gott belehrt uns nicht, damit wir einen Test bestehen und dann einfach alles wissen, was man wissen muss. Er belehrt uns, damit wir ihn kennenlernen, ihn lieben lernen und so mit ihm verbunden sind, dass wir ständig über ihn nachdenken und dass dieses Gesetz in unser eigenes Herz hineindringt. Und deswegen, und dann soll dieses Gesetz eben weitergegeben werden. Wir haben schon in der letzten Woche ein bisschen über diese Idee gesprochen. In Vers 7 bis 9 heißt es, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Die Idee ist ganz interessant. Gott sagt, durch das Wort Gottes, durch das Gesetz, durch die Satzung, die Rechtbestimmung, durch alles, was hier in den Schriften steht, belehre ich dich, damit du mich kennenlernst, damit du nicht vor mir wegläufst, damit du nicht Angst vor mir hast, damit du nicht sagst, Gott, hör auf zu reden, sondern damit du mich lieben lernst und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele, sodass das, was ich über mich sage, in deinem Herzen ist und du dann anderen davon erzählst. Das heißt, dieser Prozess der Belehrung, dieser Unterweisung der Tora ist in zwei Ebenen. Gott belehrt mich, damit ich ihn besser kennenlerne und dann soll ich anderen ebenfalls das, was ich erkannt habe, weitergeben. Ich empfange die Belehrung durch das Gesetz Gottes und ich belehre andere durch das Gesetz Gottes. Wenn wir das Wort Gottes weitergeben, dann hoffentlich nicht einfach nur als die korrekten Fakten, die jemand mal gelesen haben muss, sondern mit der Idee, dass wir jemanden erziehen sozusagen, jemanden bilden, jemanden unterweisen. Das Wort Gottes ist immer pädagogisch gemeint. Damit die Israeliten dieses Gesetz immer wieder vor Augen haben, gab es eine ganze Reihe von Vorschriften und von Maßnahmen, die Gott ergriffen hatte, damit dieses Gesetz nicht vergessen wird. Wir haben gerade eine gelesen, das Gesetz sollte von den Familienvätern in den Familien und auch in der Umgebung, wo man wohnt, erklärt werden und ausgelebt werden und anderen weitergegeben werden. Wir lesen in 5. Mose 31 ab Vers 9. Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Bundesnade des Herrn trugen und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihn und sprach nach Verlauf von sieben Jahren zur Zeit des Erlassjahres am Fest der Laubhütten. Wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott zu erscheinen, an dem Ort, den er wählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten, lernen, alle Tage, die er in dem Land lebt, in das sie über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Das Gesetz sollte allen erklärt werden, allen Geschlechtern, allen Altersgruppen, allen Gesellschaftsschichten und die Verantwortung dafür lag bei den Leviten, die das Heiligtum betreuten und bei den Ältesten. Das Ziel war, dass die Menschen Gott fürchten, so wird es mehrmals hier Verzeihung betont, und dass sie aufgrund ihrer Gottesfurcht dann den Geboten auch Folge leisten. Interessant ist, dass genau das das Erziehungsziel Gottes am Sinai gewesen ist. In 2. Mose 20 und dort Vers 20 steht ja genau das. Als mich die Israeliten sagen, es ist zu gefährlich für uns, dass Gott zu uns redet, hören wir Mose sprechen in Vers 20 von Kapitel 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gott möchte uns erziehen, damit wir nicht ständig gegen ihn sündigen, gegen ihn rebellieren, sondern dass wir lernen, ihm so sehr zu vertrauen und seine Liebe so wertzuschätzen, dass wir erkennen, dass durch seine Gnade und durch seine Kraft uns Sünde vergeben wird und wir Sünde überwinden können, dass er uns retten kann aus der Sünde. und deswegen ist die Gottesfurcht, die hier das Ziel ist, nach Sprüche 8, Vers 13, der Hass auf die Sünde, das heißt, die Gottesfurcht bedeutet, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und wenn wir 1. Mose 22, Vers 12 anschauen, in der berühmten Geschichte von Abraham und Isaac sehen wir, dass dort, wir können es kurz lesen, in 1. Mose 22, Vers 12, dass die Gottesfurcht darin besteht, das Liebste, was man hat, auf den Altar zu legen und mit anderen Worten, Gott mehr zu lieben als irgendetwas anderes. In 1. Mose 22, und dort Vers 12 heißt es, er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Warum hat Abraham Gott gefürchtet? Nicht, weil er Angst hatte und deswegen aus Angst etwas getan hat, um Gott zu besänftigen, nein, weil er Gott so sehr als Freund kannte und liebte, dass es ihm, dass die Freundschaft zu Gott wichtiger war, als alle anderen irdischen Beziehungen, Gefühle, Dinge, die ihm wert waren. Ja, die Beziehung zu Gott war ihm noch wichtiger als sein einziger oder sein besonderer Sohn, muss man ja eigentlich sagen, den er so besonders lieb hatte, den Isaac. Gott möchte uns durch sein Wort, durch die Tora, dazu erziehen. Und das war der Sinn auch der 10 Gebote, dass wir ihn so sehr gern haben. dass wir so sehr ihm nachfolgen möchten, dass es nichts gibt auf dieser Welt, das uns wichtiger ist und lieber als Gott selbst. Und vielleicht realisieren wir jetzt schon, dass es wahrscheinlich noch einiges zu lernen gibt für uns und dass wir das Wort Gottes gerade deswegen brauchen, weil es nicht einfach nur darum geht, einmal einen Fakt zu verstehen, sondern immer wieder mehr zu lernen und in dieser Erkenntnis zu wachsen. Gottes Erziehungsziel diesbezüglich hat sich nicht geändert. Es bleibt in der Endzeit ganz genau dasselbe. Und Offenbarung 14 und dort Vers 6 lesen wir, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Fürchtet Gott ist im Zentrum des ewigen Evangeliums, das in die ganze Welt getragen werden soll. Das war das Anliegen Gottes am Berg Sinai und zwar verwundert es nicht, dass die Menschen, die diese Botschaft angenommen haben und predigen, auch die Gebote Gottes hochhalten. In Vers 12 heißt es, hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Schauen wir noch einmal zurück zu 5. Mose 31 und dort sehen wir jetzt etwas sehr Interessantes. In 5. Mose Kapitel 31 und dort ab Vers 14. Das heißt hier, und der Herr sprach zu Mose, siehe, deine Zeit ist nahe, da du sterben musst. Rufe Joseon, tretet in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Und Mose ging hin mit Joseon und sie traten die Stiftshütte. Der Herr aber schien in der Hütte, in der Wolkensäule und die Wolkensäule stand über dem Eingang der Hütte. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Federn legen und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. So wird zu jener Zeit mein Zorn über es entbrennen und ich werde es verlassen und mein Angesicht vor ihm verbergen, dass sie verzerrt werden und viele Übel und Drangsale werden es treffen. Und es wird an jenem Tag sagen, haben mich nicht alle diese Übel getroffen, weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist. Ich aber werde zu jener Zeit mein Angesicht gänzlich verbergen, um all das bösen Willen, das es getan hat, weil sie sich anderen Göttern zugewandt haben. So schreibt euch nun dieses Lied auf und du solltest die Kinder Israels lehren. Lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Denn ich werde sie in das Land bringen, dass ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt und sie werden essen und satt und fett werden und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Das Erstaunliche an diesem Abschnitt ist, Gott weiß ganz genau, dass das Volk Israel ihn verlassen wird und untreu sein wird und trotzdem segnet er es jetzt und bringt es in das gelobte Land. Gott sagt nicht, ich weiß sowieso, dass es nicht funktionieren wird in Israel, deswegen lass ich es jetzt einfach. Nein, er segnet sie, obwohl er weiß, dass es am Ende schief gehen wird. Und das zeigt, dass seine Liebe nicht deswegen kommt, weil Menschen etwas getan haben oder sich verdient haben, sondern er liebt auch die, von denen er weiß, dass sie einmal sich gegen ihn wenden werden. Er liebt, weil er liebt. Und damit können wir vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum der Luzifer, von dem Gott wusste von Anfang an, dass er abfallen wird, trotzdem diese allerhöchste Position bekommen hat, die allermeiste Weisheit, die allermeiste Schönheit, dass Gott ihn überschüttet hat mit Liebe, um ihm zu zeigen, wie er wirklich ist. Die Israeliten, Mose sollte ein Lied verfassen, das ihnen genau diesen Zusammenhang deutlich machen sollte. Nicht einfach nur als das schlecht, nicht als ein schlechtes Gewissen, dass sie sagt, ah, ich habe es euch doch vorher gesagt. Nein, sondern um ihm bewusst zu machen, Gott hat uns gesegnet und er hat uns Gutes getan, obwohl er wusste, wie wir sein würden. Und damit sollten die Israeliten verstehen, dass egal, was passiert ist, Gott sie trotzdem lieben würde, wenn sie wieder zu ihm zurückkehren würden. Das ist die Idee, die in 5. Mose 30 ja so ganz toll herauskommt in Vers 4. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr den Gott von dort sammeln und dich von dort holen. Nicht, weil man dann etwas Tolles dort getan hat, sondern weil Gott uns sowieso geliebt hat, trotz unseres Abfalls. Und jeder, der das versteht, der wird verstehen, dass Sünde nutzlos, sinnlos ist und dass Gott wirklich das beste Leben für uns sich vorgestellt hat. und wir werden zu ihm zurückkehren, wenn wir uns von ihm entfernt haben. Das Lied des Mose sollte ihnen Zeugnis geben. Gott hat es besser für euch gedacht. Gott liebt euch, obwohl ihr denkt, dass er euch nicht mehr nicht mehr retten möchte. Gott liebt euch und er hat euch die Wahrheit gezeigt und wenn ihr abfallt, dann ist es allein eure eigene nutzlose, sinnlose Entscheidung. Das war es jetzt in den nächsten Versen ab Vers 24. Da heißt es, als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, da gebote den Leviten, welche die Bundeslade des Herrn trugen und sprach, nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Bundeslade des Herrn eures Gottes, damit es dort ein Zeuge gegen dich sei. Nicht nur das Lied des Mose, das dann gleich folgt in 5. Mose 32, das so wunderbar poetisch das Wirken Gottes und leider auch den Abfall der Israeliten beschreibt. Nein, das gesamte Gesetz, die Tora soll ein Zeugnis sein mit genau dieser Botschaft, die wir gerade für das Lied Moses herausgearbeitet haben. Ja, die gesamte Bibel zeigt uns, dass Gott die Liebe ist und das Gute für uns tut, auch wenn er weiß, dass die meisten ihn ablehnen werden. Der Gott, der die Erde schafft, obwohl er weiß, dass einige Generationen später die meisten untergehen müssen. Der Gott, der Israel aus Ägypten führt, obwohl er weiß, dass Israel irgendwann ihn ans Kreuz nageln wird. Dieser Gott, der liebt jeden Menschen. Dieser Gott, der in der Gestalt von Jesus an das Kreuz ging und für alle starb, obwohl er wusste, dass viele ihn nicht annehmen würden. Wie können wir glauben, dass wir unwürdig sind und von ihm nicht geliebt werden? In diesem Sinne ist das ganze Gesetz ein Zeugnis gegen uns und zeigt uns, dass unsere Sünde sinnlos ist, nutzlos ist, keine Notwendigkeit hat und wir zu Jesus zurückkommen können und zwar auf der Stelle und das auch müssen. Interessant ist, dass diese Funktion dann sich später genauso erfüllt als Jahrhunderte später genau dieser Teil von 5. Mose als Buch des Gesetzes wiedergefunden wird in 2. Chronik 34. und dort ab Vers 14. Als er aber das Geld herausnahm, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Da griff Hilkia das Wort und sprach zu Schaffan dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden und Hilkia übergab Schaffan das Buch und Schaffan aber brachte das Buch zum König und meldete dem König und sprach, deine Knechte führen alles aus, was ihnen aufgetragen wurde. Sie haben das Geld ausgeschüttet das im Haus des Herrn vorgefunden worden ist und haben es in Aufsehen und den Arbeitern gegeben. Vers 18 Dann berichtete Schaffan der Schreiber dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben und Schaffan las daraus dem König vor und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Das ist genau das, was Gottes Unterweisung für uns tun möchte. Nicht nur, dass wir klüger werden und mehr wissen über Geschichte oder Theologie, sondern, dass wir unsere Herzen zerreißen, was hier durch das Zerreißen der Kleider symbolisch ausgedrückt wird, dass uns bewusst wird, wir brauchen Gott. Wir müssen umkehren zu ihm, wir müssen unsere Gedanken von ihm verändern lassen, wir müssen uns von ihm erretten lassen, wir müssen Buße tun, weil Gottes Geist an uns wirkt. In Joshua 1 und dort Vers 7 und 8 wird uns gezeigt, wie wichtig die Unterweisung durch das Gesetz Gottes ist. Der Joshua erhält hier von Gott folgenden Auftrag, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Das ist die Tora. Das sind die fünf Bücher Mose. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Das war die gesamte Bibel, wenn man noch das Buch hier ab dazu nimmt, das damals dem Jose überhaupt zur Verfügung stand. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und die Verheißung ist, wenn Josu über das Gesetz Gottes nachdenkt und zwar nicht über Teile des Gesetzes, sondern über die Gesamtheit, wenn er nicht sich einfach nur Dinge herausgreift, die ihm gefallen und andere, die er nicht mag, beiseite legt, wenn er die Extreme meidet und zwar den Linken als auch den Rechten graben, wenn er ausgewogen und mit Jesus, also mit dem Sohn Gottes im Zentrum das Wort studiert und zwar wirklich erforscht und zwar darüber nachdenkt, sich viel Zeit dafür nimmt, dann wird er Erfolg haben in diesem Werk, das Gott ihm aufgetragen hat. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort ein Licht ist auf unserem Weg. Die Bibel sagt, wohl dem, der nicht wandelt, auf dem Weg, wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat, hat dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Die Verheißung ist, dass wenn wir Gottes Wort zu unserer Belehrung machen, darüber nach sind, es besser verstehen wollen, dann werden wir Erfolg haben und wir sehen das auch sehr deutlich, zum Beispiel im Leben von Hiskia in 2. Chronik und dort Kapitel 31, 2. Chronik, Kapitel 31, Vers 20 und 21, so handelte Hiskia in ganz Judah und er tat, was gut, recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott und in all seinem Werk, das er im Dienst des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und so gelang es ihm auch, die Verheißung ist, wenn wir Gottes Wort zur Grundlage unseres Denkens und Handelns machen, werden wir Erfolg haben im Leben, im Werk Gottes. Heißt das, dass wir im Werk Gottes dann oder in unserem Leben keine Schwierigkeiten mehr haben werden? Nein, die Bibel sagt ganz deutlich, ihr habt es im Sendemanuskript angegeben, 2. Korinther 11, Abfest 23, Paulus zeigt, dass er massive Probleme hat, er wurde gesteinigt, er hatte Schiffbruch, hat Hunger gelitten, hatte mit falschen Brüdern zu kämpfen, und Paulus wusste, dass ein Leben, das sich vom Wort Gottes belehren lässt, kein Zuckerschlecken ist. Er wusste, dass er angegriffen wird und mit vielen Problemen zu kämpfen hatte und doch war das Leben des Paulus erfolgreich. Er hat seine Lebensmission erfüllt, er hat die Freude seines Lebens gehabt und er trotz all der Widrigkeiten Menschen zu Christus zu führen und das Evangelium in die weite Welt zu tragen. Ja, wir wissen von Hiob, dass ein Mensch, der ganz dem Wort Gottes sich hingibt und das Gesetz durch Glauben wirklich ausführt und praktiziert, dass der trotzdem vom Satan angegriffen werden kann und vielleicht sogar alles verlieren kann oder fast alles, was ihm lieb und teuer ist. Wir wissen auch, dass Hiob am Ende von Gott über die Maßen gesegnet worden ist. Und dass, wenn man sein Leben in der Gesamtzahl anschaut, es ein erfolgreiches Leben gewesen ist. Und dass er nichts verloren hat, das nicht wieder ersetzt werden könnte. Ja, im letzten Kapitel von Hiob bekommt man den Eindruck, dass auch seine toten Kinder er einmal wiedersehen wird, weil er alles andere, was materiell verloren gegangen ist, doppelt erstattet bekommt, aber an Kindern nur noch einmal dieselbe Anzahl, sodass er auch im Himmel wohl die doppelte Anzahl Kinder haben wird wie am Anfang. Wir wissen von Johannes im Täufer, dass er treu gewesen ist und dass er dann doch im Gefängnis aufgrund des Befehls eines betrunkenen Königs geköpft worden ist. Und doch war das Leben von Johannes erfolgreich. Denn er hat den größten Dienst erfolgreich und getreu durchgeführt und er wird einen großen, einen großen, großen Lohn haben im Himmel. Auf dieser Erde werden wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir werden ungerechte Dinge erleben, weil die Sünde hier noch existiert. Aber Gott hat verheißen, dass wir das, was er sich für uns vorgenommen hat, was er für uns vorgesehen hat, dass wir darin erfolgreich sein können, wenn wir uns von der Tora, von dem Gesetz, von seiner Weisung, von seinem Wort unterrichten lassen. Jesus hat das gemacht. Er war seinen Eltern gehorsam, so lesen wir in Lukas 2. Und er hat sich von seinem Vater ständig, seinem Vater im Himmel, ständig belehren lassen. In Johannes 8 und dort Vers 28 und 29. Schauen wir mal, was unser Vorbild Jesus sagt, der selbst alle Weisheit in sich hatte und der, so würden wir denken, es gar nicht nötig gehabt hätte, überhaupt vom Vater sich belehren zu lassen. In Johannes 8, Vers 28 und 29 sagt Jesus selbst, darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat. So rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Jesus hätte aus eigener Kraft Dinge sagen können, aber er, der alles wusste, ließ sich beständig von seinem Vater belehren. Warum sollten dann wir nicht uns, ständig wir, die wir so gut wie nichts wissen und nicht mal ansatzweise mit Jesus mithalten könnten, warum sollten dann wir nicht uns beständig vom Vater unterrichten lassen, damit wir wissen, was wir sagen, würden wir nicht dann auch viel mehr die Gegenwart Gottes in unserem Leben spüren, weil wir ihm folgen, was er sagt. In Hebräer 5, Vers 8 wird uns deutlich, dass auch Jesus nicht nur angenehme Dinge in diesem Leben erlebt hat. Ja, Gott gehorsam zu sein, bedeutete auch zu leiden manchmal. In Hebräer Kapitel 5 und dort Vers 8 heißt es, Hebräer 5, Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und ganz deutlich wird es dann zum Schluss im letzten Vers für heute in Philippa Kapitel 2 und dort Vers 8, dort lesen wir über Jesus und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat sich von Gott belehren lassen und ist seiner Belehrung gefolgt, selbst als das bedeutete, als Verbrecher nackt an ein Kreuz geschlagen zu werden. Für menschliche Augen sah es so aus, als wäre sein Leben ein Misserfolg gewesen. Aber in Wirklichkeit war das Leben von Jesus das erfolgreichste Leben, das jemals gelebt worden ist. Er hat nämlich den Satan, die Sünde und den Tod besiegt, die Welt zurückerobert, die Welt für alle Ewigkeit erkauft und Milliarden von Menschen die Möglichkeit gegeben, ewiges Leben zu haben. Nie war ein Leben erfolgreicher als das, das Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Und auch er hatte Schwierigkeiten. Wir werden also niemals, solange Sünde existiert, ein erfolgreiches Leben haben ohne Schwierigkeiten. Aber wir dürfen wissen, dass wenn wir uns vom Wort Gottes belehren lassen, wenn wir uns vom Vater belehren lassen, wenn wir wie Jesus nicht Lehre von Lehrer trennen, sondern bereit sind, aus dem Wort, aus dem Gesetz, aus der Tora, aus der Unterweisung, den zu hören, der dort uns unterweisen möchte, dann dürfen wir wissen, dass er immer bei uns ist und dass er unser Leben zu dem erfolgreichsten Leben machen kann, was unser Leben überhaupt nur sein kann, nach seinem Plan. Möchtest du dir vornehmen, lieber Freund, liebe Freundin, aus dem Gesetz Gottes zu lernen und durch Glauben gehorsam zu sein, so wie es Jesus gewesen ist? Gott segne dich in deiner Entscheidung. Nächste Woche sehen wir uns hier wieder. Dann wird ein neues, wird ein weiteres Thema studiert werden hier. Und wir werden im Laufe der nächsten Wochen viele andere Sprecher auch haben, die uns hier helfen werden, dieses Thema von verschiedenen Seiten zu beleugnen. Nächste Woche werdet ihr neue Sprecher hier sehen. Wir wünschen euch bis dahin Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.